Ich habe nur immer auch persönlich gedacht, wie soll es eigentlich werden? Was wird mit den Menschen, die da eigentlich auch mit großen Gefahren jetzt eigentlich in den Botschaften sitzen und nur warten auf ihre Ausreise und mit den vielen anderen, die auf gepackten Koffern sitzen und weg wollen? Und sich, ich sage es immer wieder, sich Gefahren aussetzen. Und keiner hatte eine Hoffnung, in keiner Person, die je in der DDR noch zur Verfügung gestanden hätte, da eine Lösung herbeizuführen. Aber es kam einem auch nicht die Idee, also ich rede wieder von meiner Seite aus, dass die Idee jetzt nur aus dem Westen kommen konnte. Dass nur eine Möglichkeit aus Westdeutschland kommen könnte, aus Westberlin kommen könnte, die uns jetzt... Die Idee kam aber auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Man stand vor einem wirklichen Chaos. Was wird jetzt? Erstens mit den Menschen, die da nun draußen sind, zwar nicht ihr Wunschziel noch nicht. Was macht man mit denen? Nicht, dass mit ihnen auch noch sonst was passiert. Wie geht es jetzt überhaupt weiter? Wir können doch nicht alle gehen. Und viele hatten wir auch nicht. Es war auch wirklich gar nicht der Gedanke, na dann gehst du eben auch jetzt. Es passte ein Alles und fast gar nichts mehr, aber trotzdem war man zu Hause in diesem Staat. Man ist in diesem Staat groß geworden. Man hatte sich auch was geschaffen. Man hatte eine Wohnung. Man hatte eigentlich das, was man brauchte. War auch keine 25 mehr. Also die Idee, jetzt gehen wir auch, kam nicht. Und Gott sei Dank auch meinen Kindern nicht. Ganz nebenbei mal. Also die Diskussion, wir gehen jetzt in den Westen, wurde nicht diskutiert. Also die Diskussion, wir gehen jetzt in den Westen, wurde nicht diskutiert.